Okay, ein Fahrrad. Äh, ziemlich verbuchertes Schulgebäude, sehe ich es, bemerke ich. Ach, wie cool ist das denn? Ringel, Ringel, Reihe, na 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 na. Lass uns Karussee fahren! Yay! Ach, wie cool, das wusste ich noch gar nicht. Sieh an. Öfter mal was Neues. Schaukeln kann man dann doch nicht, okay. Oh Gott. Es tut mir leid, falls ich längere Zeit mal etwas still bin. Aber ihr sollt die Atmosphäre ja auch mitbekommen. So. Oh Gott, diese, diese Lichtblitze immer wieder. Oh, perfekt. Bisschen Heilung. Mami. Alter, wieso? Hat doch ein Kind gelacht. Hat doch ein Kind gelacht. Wieso? Gefallen mir diese komischen... Dinge hier nicht. Oh Gott. Oh, 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 oh. War der fies. Leute. Der war fies. Oh Gott, ich dachte, das ist nur jetzt in der... In dieser, ja in diesem Flashback gewesen. Oh Gott. E99-Technologie und noch weitere E99-Technologie. Gott, das könnt ihr doch nicht machen. Ihr kranken Bastarde. Eine Notiz. Eine Nachricht von Dr. E99. Hallo Kinder, bitte vergesst nicht, euch die Hände zu waschen, nachdem ihr auf der Toilette wart. Körperhygiene ist sehr wichtig für die Gesundheit und das Wohlbefinden von euch und anderen. Ihr wollt doch eure Eltern nicht verärgern, weil ihr euch eine ansteckende Krankheit einfangt oder verbreitet. Gezeichnet Dr. E99. Nein, das wäre ja auch ganz fatal. Und ist aus dem Klassenzimmer gerannt. Sie hat uns einfach alleine gelassen. Ich verstecke mich im Klo. Draußen schreien alle und haben Panik. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hilfe, bitte. Na, wenn solche Viecher auf mich zurennen, hätte ich auch Panik. Definitiv. So. Munition, sehr gut. Kurz der prüfende Blick nach hinten. Ding. Und auf Anweisung von Dr. Demitschef haben wir damit begonnen, im Speisesaal Plätze sowie Mahlzeiten zuzuweisen. Schon einige Lehrer und Schüler haben sich darüber beschwert. Aber Demitschef will, dass ich nichts sage. Und genau das werde ich machen. Ich sage nichts. Nichts. Genau. So, 91 Technologie. 430 haben wir schon. Die Schüler müssen stets wachsam sein und die Notfalltestprozeduren beherrschen. Alles klar. So. Ich bewege mich mal ganz, ganz vorsichtig hier durch. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, hallo? Ich fühle mich nicht sicher. Ganz ehrlich. Hallo? Eine Notiz. An das Küchenpersonal. Bitte geben Sie einen Esslöffel dieses Pulvers in das Essen aller Schüler, die an Tisch einsetzen. Es ist ein experimentelles Verbesserungspräparat, das absolut sicher ist. Danke, der Direktor. Naja. Ob das so sicher ist. Wie sie alle sagen. Ich glaube es ja. Nicht. Nein. Oh Gott. Spring doch nicht auf mich zu. Du krankes Fief. Und halt nicht so viel aus. Mein Gott. Ah. Okay. Aber das... Wo kam denn das her? Das kam doch daher, wo wir... Auch herkamen. Ah. Muni. E99. Ein Healthpack. Wunderbar. So gefällt mir das. Und hier nochmal mehr E99-Technologie. Und eine Notiz. Wenn sich jemand findet, der morgen für mich einspringen kann, wäre das toll. Ich habe mir wohl etwas eingefangen. Kann ich kommen. Danke, Herr Moro... Moroso. Na ja. Was eingefangen. Ich bin ja... Nicht... Willens, das herausfinden zu wollen. Ach, jetzt sind wir hier wieder im Gang. Na okay. Dann gibt es wohl nur noch einen Weg. Oder? Ja. Nach oben. Ich höre schon wieder in den Lüftungsschächten klimpern. A, B, C. Auf Kyrillisch. Ah, sieh an. Eine Notiz. Oleg, der Bär mag Eiscreme. Wie süß ist das denn? Mein Oleg, der Bärbild, hat einen Preis gewonnen. Und jetzt hat der Mann, dem es gefallen hat, gesagt, er will es auf der Eisverpackung benutzen. Ich habe Eis geschenkt bekommen und durfte die Fabrik besuchen. Wo die das machen? Herr Dimitrov... Ha, 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 ha. Süß. ...hat uns besucht und wegen dem Bann von Oleg auf meinem Bild gefragt. Ich habe gesagt, ich habe mir das ausgedacht, aber ich habe es an der Hand von einem Mann gesehen, als ich auf Mama gewartet habe. Äh, ja, auf der Hand. Ja. Die Papiere im Labor fertig gemacht hat. Es hat geleuchtet und es sieht gut aus bei Oleg. Ivan. Ach, wie süß, dass sie auch Rechtschreibfehler eingebaut haben. Wie von einem, naja, ersten, zweitklässler. Schön. So, die hören wir uns gleich an. So, vorbildlich hier nochmal alles durchschauen. Oh Gott. War da gerade was? Ich habe gerade irgendwas gehört. Gott, nochmal. Schockt mich doch nicht so. Okay, eine Audioaufnahme. Okay, also wurden auch Experimente mit den Kindern gemacht. Na, ganz toll. Wieso schon wieder so ein komischer Flashback? Ich sehe es doch bis hier. Katastrophenübungen. Bitte bleib liegen. Bitte bleib tot. Keine Lust, dass du jetzt aufwachst oder irgendwas dergleichen. Heute ist mein erster Schultag. Meine Familie ist letzte Woche auf die Insel gezogen. Ich hatte Angst, alle meine Freunde zurückzulassen. Aber Papa hat gesagt, ich finde neue Freunde. Er will uns nicht sagen, woran er bei seiner neuen Arbeit arbeitet. Aber er meint, es hilft uns und ich bekomme endlich den Hund, den ich ihm mir immer gewünscht habe. Ich habe heute in der Klasse einen Film über Dr. E99 angesehen und ich frage mich, ob Papa bei seiner neuen Arbeit mit Dr. E99 zusammenarbeitet. Nathalie Rose. Ach ja. Arbeit arbeitet. Arbeit arbeitet. Arbeit arbeitet. So. Jetzt muss ich meine Deutsch-Skills wieder raushängen lassen. Das ist eine Figura-Etymologica, wenn ich richtig bin. Ein Kampf kämpfen. Oder die Arbeit arbeiten. Ha. So. Hier liegt noch eine Notizbuch am Boden. Aber sonst haben wir in den Schreibtischen nichts mehr. Okay. Hallo, Notiz. Ich bin mir nicht sicher, was der Direktor vorhat. Aber seit es beim Mittagessen zugewiesene Plätze gibt, sind viele Schüler krank. Einige schwerwiegend. Ich werde heute Nacht einmal in der Küche nachsehen. Was wird den Kindern zu essen geben? Wenn irgendetwas daran nicht stimmt, informiere ich Dr. Demichev. Er wird das in Ordnung bringen. Sicherlich. Okay. Hier vorne gibt es wieder einen Projektor. Das sehe ich bis hier. Das höre ich mittlerweile auch. So. Dann hoffentlich. Dann hoffentlich stiehlt sich nichts hinter uns, während wir uns noch einen Film ansehen. Das ist unser guter Fron, Dr. E-99. Er ist unsere Antwort auf die wachsende Gefahr durch die USA. Wir sehen, Amerika hat ihren Sohn oft genaucht. Eine mächtige Waffe, die schon zweimal auf Großstädte abwacht. Aber dank einer kürzlichen Risse-Senkung kontrollieren wir etwas schiefmächtigeres. Wir kontrollieren die Kraft von E-99. E-99 gibt ein seltenes Element, das man sieht in der Erde von Katorga 12. Auf dieser Insel wurde eine Basis erbaut, um ihn zu studieren. Unsere Wissenschaftler glauben, dass wir durch den Einsatz von E-99 einen Tageserstaunen erreichen werden. Wie unfruchtbares Ackerland wieder fruchtbar zu machen. Oder aus einem Kranken einen Supersoldat zu machen. Man hofft sogar, bei alten Menschen die Uhr zurückzudrehen und nie wieder jung herzulassen zu können. Die Kraft von E-99 bedeutet, dass wir keine Angst, R- oder Atomkraft am Weltkampf haben müssen. Die Möglichkeiten von E-99 scheinen grenzenlos. Der Weih ist. Vielleicht können wir mit seiner Risse sogar durch die Zeit reisen. Wozu es auch notwendig ist. Wir können nur ruhig schlafen, weil wir wissen, dass E-99 uns von den Bösen des Westens schützt. Und jetzt und jetzt zu einer sicheren, weihenden Zukunft von Ackerland machen. Alles klar. Ja. Mit Hilfe von E-99 sollen Krankheits zu Supermännern werden. Ja. Das sehe ich anders, wenn E-99 ein lebendiges Fleisch mutieren lässt. Mutation ist nicht der Schlüssel zum Erfolg. So. Alter, das ist alles so eng und creepy hier. Kann mir nicht helfen. Maximale Anzahl SD-Hilfe-Packs. Dann ziehen wir uns eins rein und nehmen das. Wir wollen ja nicht geizig sein. So, bevor ich jetzt hier runtergehe, nochmal diese Audi-Aufnahme hier hinten. Ich verstehe nicht, wieso ich beim Essen nicht bei meinen Freunden sitzen darf. Wir müssen alle an zugewiesenen Plätzen sitzen und das Essen essen, das man uns hinstellt. Wir dürfen nicht mal tauschen. Aber ich habe sowieso kaum Appetit. Mir tut in letzter Zeit der Bauch so weh. Wie kann man nur so grauenvolle Experimente mit Kindern machen? Ich verstehe sowas immer nicht. So. Ja, dann müssten wir wohl hier nach unten. Geronimo! Ah, die Musik. So. Oh mein Gott! Hier passt, Hade! Komm schon! Ähm. Hallo! Darf ich beim Mittagessen stören? Klappe halten! Puh! Puh! Oh, da ist noch eins. Irgendwo. Ich höre es doch bis hierher. Hallo? Okay. God!